hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf dem nordrheinischen marsch aktuell mähen wir auffällt 15 und beginn mit der ernte auffällt 13 weizen der nagelneutmietrische neu gekauft jetzt erst mal ein einsatz wir schauen dass wir hier eingestellt bekommen 1 1 2 2 3 2 4 6 7 7 8 11 10 15 12 16 15 15 ich glaube ich habe schon mal gespeichert aber der punkte bescheid und ernte für 13 punkt ernte für 15 gras gut weizen reichnen abfahrer holen bei rüberfahren das machen wir noch selbe die Probe können ja einstellen das ist ja kein Problem hier gibt viel Stroh Stroh pressen Stroh wegfahren nächste Feldmann 70% Ecken brauchen wir nicht nacharbeiten wurde ja nicht ausgesehen da kommen wir ganz ganz schwer ran bis an der hinten auskäppen jetzt wird schwierig das war nix Plan B das ist ja das ist ja die grüßen nur mensch die grüßen doch nur ja das wird sein das ist So, den schnell zurückfahren. Das heißt jetzt vor lauter Programm, Ernte. Dann kommen die Ernte fertig, dann kommen die Grasfelder. Das heißt hier werden bald in Geld schwimmen. Und dann muss der Kursfeld klappen. Dann kann er auch parallel die größten Felder nebenbei machen mit Kurzplay. Die kleinen, das lohnt sich gar nicht anzufangen. Aber die großen auf jeden Fall. So, wie hier 90 zum Beispiel. So, dann müsste der, wenn der andere fertig ist, mit Mähen schwatten. Jetzt sieht die mächtigen Arbeit aus. Stell dich umso fest. Weil ja, wenn wir auch bald, sobald 13 fertig ist, muss auch Stroh gepresst werden. Gut, er braucht noch ein bisschen. Aber hier kommt Ort zusammen her. Musst du auch gleich wieder voll. Gut. Oh, das ist ein ... 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 jetzt wäre schön wenn dann noch die kurve kriegt man da vorne doch nicht dass die helle machen könnte wäre theoretisch so eine mobile licht lichtquelle super scheinwerfer ist 98 99 100 voll sich dran ja ja Leiput vorwärts. Er braucht Kalk, naja, war ja nicht klar, dann braucht er auch Kalk, oder er hat auch Kalk gebraucht. Gut, das ist kein Problem, Geld, Rewegrenze. Das macht ja nichts, aber noch Kalk braucht er nicht, jetzt muss er zum Stroh rein. Und das werden klappt wenigstens. Jetzt können wir bald Kurs einrichten. Jetzt können wir bald Kalk. Jetzt können wir bald Kalk. So, jetzt fahren wir schnell in die vorderen Ecke. Wir werden links fahren. Wir starten mal hier. Dann fahren wir um die Straße. Wir werden mal nicht so schnell fahren. Wir starten mal hier. 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 schön rechts halten mann immer eh noch ein hüter wie fahren lassen Vielen Dank. So, jetzt haben wir hier wieder auf. Das ist ein normaler Kurs. Achso. So, ich schreibe mal dazu. Welt 13 Hof. So, jetzt kurz kontrollieren. Ich muss jetzt eigentlich die Kurve kratzen. Ich weiß nicht. 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 Das ist total jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß nicht. 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 д